Das, was jetzt da liegt, also da steht das Endergebnis. Das heißt, das ist die Originalscheibe von der Nutzer Tour in Wien. Das heißt, es ist insofern selten, weil das eine 5 Tonnen Ätzung ist. Das Motiv ist in dem Fall 5 mal gemalt und 5 mal geäzt, was eigentlich komplett außergewöhnlich ist. Das mache ich normal nur bei meinen Spiegelen, aber bei Ätzungen ist es nicht notwendig, dann macht man vielleicht... Generell drei gemacht. Das ist mehr als genug, 3 Tonnen ins Reichen. Zum Erklären, das Glas wird vorher mattiert mit einer speziellen Flusssäure und dann wird es mit dem Pinsel und mit dem Asphaltlack wird das Motiv auch gemalt. Das heißt, alles, was ich unter dem Lack geschützt habe, das matt, bleibt geschützt. Die Säure kommt dann drauf in der drüben Werkstatt und jetzt in die Tiefe. Wer hat ja ruhig gehandelt. Wer hat ja ruhig gehandelt, dann gefahr ja vier Tassen. Ja, das ist ein Lecker. Wenn ich drüben gemalt habe, was ich mir jetzt praktisch habe, haben wir jetzt noch ein Muster, wo man schon gewollt, dass es undurchsichtig ist und da kommt jetzt rundherum auf das Glas, das ist ein sogenannter Bohrwachs. Das andere selbst hergestellt, das ist auf Asphaltbasis, so sichtbar, wie man sich so wie eine Blasterin formt und dann aufdrückt. Jetzt habe ich eine Wanne und die Säure drauf, da wird dazugemacht. Und jetzt, wenn die Säure da oben ist, wird es immer mit dem Pinsel in Bewegung gehalten. Das Glas mattiert. Das ist ein Mischung aus Flusssäure, Soda und Wasser. Ist nicht im Handel erhältlich, das Glas ist selbst hergestellt, da oben gesetzt. Das Glas mit mir ist, ich bin jetzt ein Stück Fußball, woher wieder geht's. Wasst du noch mitten? Wasst du noch mitten? Ja, ich bin jetzt. Wasst du noch mitten? Wasst du noch so mitten? Das ist nicht so mitten. Das ist ein Mischung. Wasst du noch mitten? Wir machen alleisen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018